Heute geht es um die Schönwettergolfer, besonders die in der Schweiz. Habt ihr gewusst, dass wir in der Schweiz hier 100 bis 150 Regentage haben? Im ganzen Jahr. Dazu kommt noch die vier Jahreszeiten. Und von denen spielen wir nur noch vom Frühling, Sommer und Herbst Golf. Und wenn die Regentage hier noch einen Einfluss haben, dann bleiben wir eigentlich mehr zu Hause und machen weniger für unser Spiel aufgrund des Schönwettergolfers. Und Achtung, hier kommt jetzt der Tipp. Nutze gerade diese Regentage und verbringe an diesen Tagen Zeit mit deinem Pro, weil an diesen Tagen kannst du etwas für dein Spiel dazulernen und hast dich trotzdem bewegt und was dazugelernt. Die meisten Anlagen haben gedeckte Abschlagplätze, wo man sich wunderbar am Trocknen mit dem Golfschwung und dem Golfspiel auseinandersetzen kann. Und wenn es dann das schöne Wetter zulässt, man rausgehen kann, das Gelernte versuchen kann, weiter umzusetzen, zu perfektionieren und schlussendlich die Früchte vom ganzen Prozess von gelernt bis gemeistert, erfolgreich ins Turnier implementieren kann, bessere Runden dann hat und mehr Spass wieder am Spiel erlangen kann, weil man sich gerade an den Regentagen mit dem Spiel beschäftigt hat. In diesem Sinne, nutzt die Regentage, vergiss unten die Glocke nicht zu abonnieren und viel Spass beim Lernen, bis zum nächsten Video, tschüss!